Hallo liebe Tierfreunde. Ich habe mir gedacht, ich mache euch heute mal ein Video von unseren Youngstars. Darunter ist auch der Pies, der aus Blindes, der spürt sich da jetzt gerade. Wie immer, Sirk, kann sich total gut anpassen, kann mit seiner Behinderung super umgehen. Wichtig ist einfach, dass die Struktur immer so beibehalten ist. Sprich, wo ist das Wasser, wo ist das Futter, wo sind die Kistern. Sie sind total sozial. Die Love, das ist die rot-weiße, da die frisst gerade. Wie ihr seht, die hat auch überhaupt kein Problem mit ihrer Behinderung. Das ist die Love. Sie horchen halt natürlich ganz viel auf die Stimme. Das ist der Antonio, der ist anfänglich ein bisschen schüchtern. Der Beppi, der ist formiert nach dem Frühstücken. Die Lola. Da ist auch die Rosi mit ihren Kitten herinnen, wenn ihr sich erinnern könnt, die aus der Schiade gehabt hat. Ja, und noch ganz viele kleine Zwerge, die wir sie zuhause suchen. Wann wer die Katzengruppe da unterstützen will, wir würden ganz dringend ein Gastro-Trockenfutter brauchen. Gastro-Nassfutter, Aufzuchtsmilch und verringert Kittenfutter. Die Katzen haben immer alle total massiven Durchfall gehabt und darum sind wir jetzt gerade am umstellen von der Ernährung auf normales Futter. Wenn wer Interesse hat, dass wer Katzen adoptieren will, bitte telefonisch ab Montag 9 Uhr, wenn ich gern für euch hier reich war. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss.